Moinchen! Wieder mal so ein genannter Blub. Ich habe eine kleine Planänderung und zwar jetzt werden doch wieder Dienstag und Freitag erst mal wieder Videos kommen, so wie es auch schon mal war. Die ersten habe ich auch schon geplant für Dienstag, Freitag, Dienstag, Freitag, Dienstag, Freitag und ich bin momentan auch total am Bearbeiten von neuen Materialien. Also das wird erst mal so gehen bis ich schätze mal Mitte Dezember, vielleicht sogar Ende Dezember. Bis dann!